Hallo, und hier sind wir wieder bei 2A1 2. Richtig, willkommen zurück. Mit was spielen wir jetzt? Mods. Wir fangen an mit dem Rudimentary Level. Hm, da steht schon mal nix. Ja, muss ja auch nicht. So, bist du schon da? Ich drück jetzt Start. Oh. Ah, es gibt sogar was zum Einsammeln. Okay, dann versuchen wir das gleich alles auch zu tun. So, äh, ist das... Fall ich da runter? Ja. Au. Äh, gehst du da rüben an den Dingens? Kannst du den noch ein bisschen umschieben? Ah, das kann man aufmachen. Nein, ich kann es aber nicht. Warte. Andere Richtung wäre doch effektiv. Ah, an die Richtung willst du aber nicht. Okay. Aber, nee, es bewegt sich nicht komplett. Dann hüpfst du mal da so rüber. Da ist nur die Faraband drüber. Schau mal, was da alles liegt. Es ist nur Fake. Warte mal. Danke. Wie hast du das jetzt gehört? Du hast irgendwas gezogen? Ach, ich habe es. Ja. Ich habe das Gate aktiviert. Wie viel waren das? Warte mal. Wähle oder starte Level neu. Unimentary Level? Ach, da steht sogar 0... Da steht sogar... Das hat gar keine. Okay. Dann kann hier... Können wir jetzt nicht gucken. Ich lasse dich nicht mehr da raus. Haben wir jetzt hier eigentlich alles Skills? Ah! Hier verreckt man. Was immer noch mal die Skills? Erstmal alles da. Ja. Wunderbar. Cool. Wieso sagen die hier denn was? Schaut nicht so leicht aus. Aua. Ich bin drüben. Was genau macht der Knopf? Man kann das Ding runterschmeißen, dann ist es einfacher. Der Knopf wählt die Plattform, aber du brauchst sie nicht. Du kannst ja auch unten. Es klingt, als würde er klappen. Hallo. Hallo. Okay. Ah, in der Snail ist das Ende. Ja. Hm. Okay. War... Bitte kurz. Aber das macht ja nichts. Zurück zum Hauptmenü. Spiel verlassen. Beenden. So. Der Screen hier ist fail. Steht dort. Ja, das... Keine Ahnung woran das liegt, aber das ist so. Ist einfach immer beim Mod so. Ist ja ziemlich wurscht. Müsste ich keine Werbung für 3 in 3 machen, war eh schlecht. Oder? Das Naked Castle. Ja. Da wird nicht viel drin sein, bei dem Namen. Naja, aber zumindest das Castle wird da sein. Reicht ja. Reicht ja. Reicht ja, um es zu zeigen. Reicht ja. Ja, ich muss das Spiel aus mal starten. Ja. Aber das haben wir nicht. Du hast vor mir gestartet, ich bin längst im Hauptmenü. Schwer, 2... Äh... Ach so. Oh, hier sehe ich nur noch das Level 1. Was einfach mal auch 1 heißt. 1... Alle... Aus... Unbeschränkt. Kommen sie rein? Äh... Bin ich schon längst. Also das Verbinden dauert nur sehr lange. Okay. Okay. Beim Monster. Okay. Ja, da hilft dir wieder nichts. Okay. Wir haben zumindest schon mal fallen. Die Runde sind so starre Kugeln. Ich bin oben. Oh, ich bin unten. Nein, ich bin tot. Oh. Ja, gut. Ach, der ist nicht mal ein visueller Jack-Freund, lol. Ach, der ist nicht mal ein visueller Jack-Freund, lol. Ach, der ist doch. Auf der anderen Seite irgendwas? Siehst du da irgendwas? Der war ein Gegner, den hab ich gesehen. Hä? Warum? Du kannst ja hochkommen, während ich hier blocken. Die Plattform unten wurde, lol, die Plattform unten wurde grad blockiert und konnte dadurch nicht aufgehen. Da drüben ist nur ein Gegner, oder? Habe ich das grad richtig gesehen? Ja. Okay. Der ist schon tot gewesen, weil ich so richtig erkannt hab. Wieso? Ach, gut. Äh... Schluss erstmal hier. Mach mal kurz. Ja, gut, den da oben kann ich jetzt nicht so gut blocken. Da dann halt... Wäre eine grade Brücke nicht besser gewesen? Ich mein nur. Ich mein' ich doch selber nicht. Au! Ah, ist grad weh. Wo kommt denn der her? So. Ah, Mist. Ich hab's jetzt nicht. Oh, Checkpoint ist komplett am Anfang, so Mist. Ja, hm, hast... Hast du irgendwo ein... Oh! Hast du irgendwo im Level ein Checkpoint gesehen, oder was? Nein, dann müssen wir's ebenso schaffen. Ich werde mich jetzt ein bisschen beeilen. Au! Oh! Hey! Ich würde hier ja noch was hinstellen. Okay. Du zuerst. Nicht zuerst. Ich zuerst. Na, Mist. Ah, cool. Oh, oh ne. Spring genau dann, wenn er schießt. Du bist sehr schlau. Aber hier oben ist ein Checkpoint. Hier. Ja. 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 Gibt's da... Gibt's da weiter oben noch was? Na dann, ist da oben noch was? Ich seh' nicht. Ich dürfte mal. Ah ne, da oben ist nur nicht schön zugemachte Decke. Ah, danke. Ah! Oh ja, stimmt. Da ist ja alles offen. Warte. Da stirbt man unten, oder? Ja, da unten stirbt man sowieso. Ah, Mist. Mist. Ich werde nicht sterben. Noch lebe ich. Okay, jetzt war's. Ich hab' ne Idee. Okay. Äh, hör'n. Geh' doch mal kurz. Schieb' mich doch nie weg! Ich hab' gar nicht so viele Objekte machen. Jaaaaaaah! Ah! Ja, so war das jetzt nicht wieder. Siehst, Explosion. Wollte nur noch mal nach oben gucken. Oh, hier rutscht man. Ah! Ja, wohin mal rutscht. Ja, hinter mir ist ne riesige Kugel. Da würde ich jetzt weitergehen. Alter, der blockt ja so gut, dass der Schlag... Ja genau! Ja genau! Ja genau! Sperr mich doch einfach ein, du Sack! Stürzt dich! Ich hab' ja nur total weh getan! Ich bin so offen, der ne ganze Scheiße zu mir zu... Oh! Der hat noch gelebt! Ja, der hat gelebt! Bring' doch hier niemand um! So, dann schau' ich jetzt mal auf die Oberseite des Castles. Von außen. Eigentlich könnte man sogar überspringen. Von außen schaut's ein bisschen schöner aus. Wahrscheinlich, weil bessere Hintergrund da außen ist. Oh Mist, ich wollte eigentlich mein Ding zerstören. Damit du es nicht nutzen kannst. Ja, mach's einfach kaputt, das arme Holz. Ja, war im Weg. Oh Mist, ist glaub ich nicht allzu gut. Aber... Nein! Den ganzen Weg! Ja, wir sehen noch sehr gesund aus, würd' ich mal sagen. Es reicht. Ja, ich komm da nicht rüber! Voll, das war jetzt einfach seltsam. Okay, ich würd sagen, wir müssen das jetzt. Besser, Plan. Dezent. Jetzt kann man da unten stehen. Mach da mal einen Block hin, damit ich da in der Mitte treffen kann. Vielleicht reicht das auch so. Okay, reicht auch so. Direkt vorm Jackpot verreckt. Oh, er ist dort, okay. Oh, er ist dort, okay. Da oben ist Gift drin. Ah! Oh Scheiße! Warum kommt das denn genau hier runter? Hä? Geht das genau seitlich vorbei, oder was? Das lag an meiner Gravitin. Ey, das Gift, das Gift ist im Hintergrund, erkennst du das? Au! Oder aber nicht, hä? Okay. Okay, schießen wir erstmal das Holz kaputt. Okay. Oh, das ist ne gute Idee. An dem spiked sich das nämlich. Au! Warum macht der One-Hit-Mann? Hat er gar nicht. Oh, ich bin auch nicht mehr. Der Geist ist das Teil kaputt. Äh. Gib mal, Cutter. Und die Gift-Vantäne solltest du nicht drauf springen. Man hätte doch nur hier hoch zu dir. Ha, ein Springer hoch. Du willst halt. Das Gift kommt vom links. Na, in der Bubble sind wir jedenfalls sicher. Ich möchte einfach nur auf die Pflanze hüften. Glaubst du, das geht? Ah. Wärst du besser geschafft, dann ja. Oh, ganz ehrlich, geh runter, du total. Die schießt so ab nur mal häufig, wenn die mal langsam ist. Hä? Ich wollte doch damit da hoch. Ja. Siehste? Und dann stirb's wieder du, damit wieder die Bubble weg ist. Das ist ein Tux-Pike da weg. Ich helf dir. Ich geb dir was zum Draufstehen. Oh, gut. Ich bin hier drin sicher. Nein. Also hier oben haben wir Holz. Ist das magnetisch? Nein. Man kann sich da wahrscheinlich dranhängen, aber auf der anderen Seite. Ja. Ich wusste ja nicht gut, dass du mir gesagt hast, holst. Nein. Ah. Hier unten regt mich alles um. Ah. Ah. Ja. Ja, da müssen wir, da müssen wir da hoch schienen. Ja. Warte mal. Bam. Ah, hat funktioniert. Findest du. Warte mal kurz. Ja. Ich lebe. Warte mal kurz. Warum komm ich davon hier unten nicht ran? Da kommt gar kein Gift mehr. Ah, scheiße. Ja, dafür hab ich ja gesorgt. Dann sind da oben nochmal Stacheln, wo man Blöcke reinplacen soll. Würden die mich eigentlich verarschen? Das ist doch gar nicht schwer gemacht. Ich brauch hier eine. So. Ah. Ah, das Gift. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Ey, diese scheiß Viecher. Warum machen die bitteschön One-Hit? Das ist... Das ist viel zu übertrieben, wenn die U-Ber-Diffen. Das macht überhaupt nichts. Ich mach das gar nicht, One-Hit. Doch, das macht One-Hit. Sobald du diesen Schuss berührst, bist du tot? Scheißegal, wie viel Leben du hast. Da kann es ja voll sein. Also mich haben bisher immer zwei treffen müssen, damit ich sterbe. Äh, wieso kommt hier Gift? Das weiß ich nicht. Wie kannst du da drin stehen, ohne zu sterben? Weil das Hintergrund irgendwie ist. Oh. Ah ne, also jetzt bist du auch komplett unterwunden. Warum springst du eigentlich immer in dem Moment, in dem es am ungünstigsten ist? Weil es bei mir andersrum aussah. Nein, tut es eben nicht. Der Kicker schießt bei dir genauso oft wie bei mir auf. Soll ich dich abbeamen? Du hast... Warte, dann kann ich eine Plattform setzen. Lass das mal so. Ja, warte. Ich auch vor. Perfekt. Ich muss nicht nur da wieder irgendwie hochkommen. Oben links an der Decke ist du da der Rollst. Bin tot. Bin tot. Naja, du kannst dich ja zurück. Ja, lauf weiter. Ich will, dass der nächste Checkpoint kommt. Auf. Ja, genau. Joa. Okay. Okay. Aber der kommt nicht hier hoch. Ja, würde ich mal sagen, schieß mal schön drauf, bis er umfällt. Ja, bei der Schwierigkeitskarte. Verdammt. Bewege dich doch mal hoch. Warte. Bist du eigentlich total behindert? Warum gehst du bei so einem Gegner in den Nahe Kampf? Ich wusste nicht, dass er, äh, Damage macht, selbst wenn er das Ding gerade erst rauszieht. Nö. Haben es ja doch nicht. Das hast du schon mehr als oft genug gemerkt, dass die sich umgebracht haben, obwohl die noch nicht ausgeholt haben, sondern erst noch, also erst noch am Ausholen waren, so. Naja. Naja. Der hat mich erwischt. Wieso schaust du mir für? Ja, wieso nicht? Ich will so nix Checkpoint. Oh mein. So, na also, und jetzt noch den da unten. Mach ihn kaputt. Ich geh hier. Mach ihn kaputt. Mach ihn kaputt. Mach ihn doch kaputt. Ich glaube, wir müssen da hoch. Warum machst du ihn nicht kaputt? Warum sollte man? Weil der, der spricht dann wieder aus und geht ja auf den Sack und der gibt doch Erfahrung. Und da ist ein neuer. Wah. So schlau. Das war noch schlauer von dir. Ich bin so gut wie tot. Danke. Dank deiner Wabbel bin ich jetzt gestorben. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich so hochgekommen. Ah. Klar. Ja. Ah, so war er knapp. Äh, die Wabbel hier in der Mitte von dir ist ziemlich nervig. Man hat kein, nicht genug Zeit um... Die Wabbel ist nervig? Schau mal, für was die Wabbel da ist. Trotzdem, ich kam nicht dran vorbei. Wegen deiner... Doch! Wer als wenn die... Nein, das hättest du sehen sollen. Da war dann immer so eine rote Kugel. Weil die noch nicht an der Wabbel... Da war ein Mikrometer Zwischenraum. Da bin ich mir sicher. Überhaupt nicht. Doch. Denn dann will ich sehen wie du den benutzt. Er ist immer... Nein, war ehrlich. Mach. Benutzt den Zwischenraum. Nein! Weil die hier oben hat sie. Ich renne da nicht hoch, weil ich da immer sterbe in diesen scheiß Gegnern. Jetzt mach den tot. Tot machen! Was machst du für ne Scheiße? Ich glaube er ist cool. In den Cage machen und einfrieren! Wie als wenn du das vergessen hättest! Da unten... Da unten ist doch was was du... Na also. Hallo. Was ist da unten? Ja, da ist was zum Kaputtsprägen. Ja, damit man den Kasten zur Hilfestellung bekommt. Den ich nicht gebraucht hab. Danke, dass du mir die Wabbel weggemacht hast. Ich hab bessere Verwendung dafür gehabt. Mann! Man kann doch sein scheiß Schild nicht benutzen. Doch man benutzt es schon, aber naja, nach oben halt. Ich mach mal den Bogenschützen da weg. Benutzt den Staub, weil da lasst ihn nicht unterfallen, dann brauchen wir ihn. Bestimmt. Ja, das kann sein, aber wo soll ich den benutzen, wenn ich nichts sehe? Da oben, wo es Feuer ist. Ja. Wir gehen erstmal dorthin. Das ist ne... Naja. Hinlegen wird schwer. Was wir jetzt erstmal machen... Dann ist das Blümchen für mich hier. Ja. Ja, das hatte ich ja vor, aber du springst ja schon los, währenddessen ich hier noch baue. Alter, welcher Kasten ist denn groß genug, dass das reicht? Alle also. Fast sehr schön. Okay. Äh... Das Zeitfenster ist nicht groß genug. Warte mal. Nein, Feuer kommt dann natürlich fast da. Aber das kann man ablocken. Bring mal das Ding irgendwie hoch. Ja, wie denn? Ich muss erst mal mich hier irgendwie hochbringen. Der lässt... Der bleibt nicht... Der bleibt nicht lange genug weg, dass ich da hochschampfen kann. Oh ja, geil. Wo soll ich dieses Ding hinstellen, dass es irgendwie sicher ist? Fällt ja hier überall runter. Ja. Und auf den drauf kann ich's auch nicht stellen. Nein, dann bist du dort und ich komm da ja nicht mal hin, wo du grad bist. Warte. Natürlich. Ist ja so einfach, da hinzukommen. Äh... Ich hoffe, wir kommst auch ohne dieses Ding voran. Hast du das grad fallen lassen? Ich bin gestorben! Beim Versuch, das Ding auf die Pflanze zu setzen! Ah, scheiß Gift! Äh? Achso, man stirbt schon, weil man zu weit unten ist. Na toll. Ja klar, boah. Was willst du sonst noch machen, außer zu sterben? Ja, hier hinhängen! Nein! Aaaaah! Ich blockier's, kann ich hochkommen. Nein! Aaaaah! Endlich! Ich bin mein Selbstbomb. Ich bin so glücklich. Nein! Warum ist dieser so scheiße platziert, dass man den nicht gescheit blockieren kann? Boah, Alter. Ja, danke, Spiel. Leg einfach. In dem Moment ich dir hoch... Hm. Ich weiß nicht, ob dein, äh, Dingens da oben gut war. Was meinst du? Danke. Ich baue grad was. Ach, komm! Übchen! Aua! Ich bin wieder weg! Nein! Ich kann es nicht hochhalten! Du kannst sie, du kannst sie nur blockieren! Du kannst sonst nix machen! Wie gleich zeig ich ne Platto? Ich kann sie dauerhaft blockieren! Das geht nicht! Doch! Klar geht es! Jetzt hab ich's geschafft! Okay! Ja, jetzt musst du... Die ist dauerhaft blockiert! Ja! Das kann ich nicht! Doch! Drück's ESC! Danke! Jetzt hast du's wieder kaputt gemacht! Achso! Doch, halt doch noch! Aber... Jetzt ist es wahrscheinlich in Luft aufgelöst, oder? Blöcke lösen sich nicht in Luft auf! Obwohl ich tot war! Ja, natürlich! Blöcke lösen sich nicht in Luft auf! Sollst du eigentlich schnell fließen! Ja! Das war mal, wo ich bin! Ja, schön! Jetzt... 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 Ich muss nur, irgendwie da hochzukommen! Ja, siehst du, wie das ausschaut? Ja! Machst du da so ein paar Blöcke hin... Und dann, äh... von Teos da! Was ist das? Warum ist denn da so ein Scheißstein im Weg! Alter! Ah! Du... Du hast gesagt, wir schaffen die alle in einem Part! Okay, ich wusste ja nicht, dass die so kompliziert gebaut sind teilweise! Ich dachte, die wären alle einfach! Okay, tschüss! Im nächsten Platz geht's weiter!